Und ein herzliches Willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession mit mir von Lya Gameplays als Hobby in 2K. Ja, wir sind hier stehen geblieben, irgendwie ihren Vater, den Hakan, Hakan, keine Ahnung, wieder zu befreien, der hier gefangen ist. Und dann schauen wir mal, wir haben jetzt einige Köpfe mit Zahnrädern, das heißt, die müssen wir alle miteinander ausspielen. Ich will den Gefangenen sehen. Oh, Holz. Ganz ruhig, ich bin eine Freundin von Unuratu. Ich will den Gefangenen befreien. Und ich brauche deine Hilfe. Ich wusste noch, hier glitzert was. Der Kerl ist völlig am Ende. Die Hinrichtungen? Natürlich. Aber du musst jetzt das Gebet einstellen. Spielst du für einen Boten der Götter deine Instrumente? Es ist sicher. Hilf mir mit der Tür. Okay. Die Wachen sind weg. Oh, was ein schöner Vogel. Dankeschön. Ich finde einen Weg hier raus. Natürlich. Und war es nicht so, dass dir gesagt wurde, du sollst Kukulkan nicht nachstellen? Eine Tochter braucht ihren Vater. Mehr als du Rache brauchst. So, komm hier lang. Hier geht es raus. Hier durch. Bleib bei mir. Hey, bleib bei mir, hieß es. Trottel. Trottel. So, hier gibt es wo an sich nichts zum Sammeln. Na gut. Gewährt mehr Ressourcen von Tieren. Das ist ein Messer als Errungenschaft. Sei leise. Verrät er sich dadurch nicht irgendwie selbst? Verrät er sich dadurch nicht mehr als Errungenschaft. Verrät er sich dadurch nicht mehr als Errungenschaft. So, da haben wir noch wieder zwei Stück zusammengeführt. Die, was für Urteilten eine Errungenschaft. Ein Fähigkeitspunkt. Jawohl. Gut, dann gehen wir erstmal speichern. Bevor wir wieder die Hauptaufgabe machen. Hui. Ah, mal nur. So, drei Fähigkeitspunkte. Das ist doch schon mal supi. Das heißt, was könnten wir machen? Wie war es hiermit? Schießen Sie Pfeile gleichzeitig auf zwei erfasste Ziele. Das ist gut. Zwei auf einen Streich. Mit vollständig gezogenem Bogen ziehen Sie mit, halten Sie und zoomen Sie mit Kuh auf zwei separate Feinde. Beim Schießen werden beide Feinde gleichzeitig getroffen. Sehr schön. Hoffentlich Kopftreffer. So, was haben wir hier? Ich nehme an Bögenhammer alle, die es gibt. Ist zumindest voll. Okay, nee, das lassen wir nochmal anscheinend. Wir dürfen uns hier wahrscheinlich nicht umziehen. Ist ja wohl klar. Sonst fallen wir ja direkt auf. Und weiter geht's. Mit der Hauptaufgabe nämlich Unuratu befreien. Geht doch. Hui. Hey. Bisschen ins Wasser gucken, aber ich glaube, hier gibt's nichts. Hätte sein können, dass hier auch Gold im Wasser ist. Oh. Wie lange willst du diese alberne Rebellion noch weiter treiben? Bis wir gesiegt haben und du keine Bedrohung mehr bist. Und das sagst du mir ins Gesicht? Du weißt, ich bin ehrlich. Und wir... Amaru, vergiss nicht, wer du bist. Ich bin einer von euch. Ja. Hast du mich deshalb verhaften lassen? Würde mein Bruder noch leben? Erruhenfrieden. Ja, ich bin sicher, für ihn wären diese Streitereien Zeitverschwendung. Komm nach Hause. Ich bin zu Hause. Das ist mein Zuhause. Unuratu, stell dir mal kurz vor, wie Paititi erblühen würde, wenn die Welt frei von fremden Bedrohungen wäre. Ach, und bist du nicht auch so eine Bedrohung? Du willst die Welt neu erschaffen? Wir alle erschaffen unser Schicksal. Wir alle, so wie wir sind. Ich hab mein ganzes Leben lang alles für Paititi getan. Einfach alles. Als es noch geteilt war, hab ich es vereint. Bin ich denn der Einzige, der die Bedrohung erkennt? Du kommst und gehst, als ob dein Leben hier nur ein Zeitvertreib wäre. Ja. Ich habe die Welt um uns herum kennengelernt und ich weiß jetzt, was auf uns zukommt. Es kommt jeden Tag ein bisschen näher. Paititi wird diese Invasion nicht überstehen. Unsere ganze Identität wird uns gestohlen oder zerstört. Dann müssen wir das gemeinsam verhindern. So wie es das Beste für unser Volk ist. Durch die Wiederherstellung der Sonne? Das garantiert nur für ziemlich kurze Zeit Paititis Sicherheit. Aber dann beschützt es uns nicht davor, entdeckt zu werden. Oder vor einer Invasion. Hat uns das Schicksal dem Untergang geweiht? Nein! Nein, wir müssen mutig sein. Einen Schritt voraus. Kämpfe mit mir. Ich brauche deine Intelligenz und deine Hartnäckigkeit in meiner Welt. Eine Welt beherrscht vom Kukulkan-Kult. Oder soll ich Trinity sagen? Wenn du Kontrolle willst, dann kriegst du sie. Doch jetzt brauche ich deine Hilfe, um Paititis Sicherheit zu garantieren. Wenn du dann willst, kannst du darüber herrschen, wie du willst. Ich überlasse dir den Thron. Das verspreche ich. Nein. Ich finde die silberne Schatulle und stelle die Sonne wieder her. Ihr Licht wird dich richten. Wieso hältst du so wenig von mir? Bring sie zurück in die Zelle. Schon gut, schick mich zurück. Aber ich werde niemals unser Volk verraten. Nein. Du lässt sie einfach im Stich. Die Schatulle ist weg. Ein Missionar, Andres Lopez. Hat sie gestohlen. Vor 400 Jahren schon. Was? Du hast anscheinend dein ganzes Leben lang am falschen Ort gesucht. Jetzt verschwinde. Schwinde. Da hatte ich ja scheinbar recht gehabt. Ähm. Als wir in der Höhle waren wir diesen ganzen Orks, sage ich jetzt mal. Wo wir kurz vor der Schatulle eigentlich waren. Die zwei riesige Torhüter öffnen mussten. Anhand der Tagebücher und sowas habe ich mir schon gedacht. Die zwei Spanier kamen ja da durch. Während dann die Wache getötet wurde. Aber die zwei kamen durch. Und wie wir ja dann selbst da durch kamen, war die Schatulle weg. Und da war mir schon klar. Mit Sicherheit haben die zwei Spanier die Schatulle schon mitgenommen gehabt. Scheinbar haben wir recht. Also ich. Ich weiß nicht, wie ihr gedacht habt. So, Aztekisch. Tagebuch eines Priesters. Kukulkan gebot mir, mich der Priesterschaft anzuschließen. Die Götterwelt der Paitizianer ist ein Konglomerat verschiedener Kulturen. Ich muss ihre Rituale und ihren Glauben studieren, um herauszufinden, wie wir ihre eigenen Götter gegen sie einsetzen können. Jene, die über das Wasser kamen, sind unaufrichtig und intelligent. Ich zweifle nicht daran, dass die Stadt schon bald unter der Kontrolle von Kukulkan vereint sein wird. Ja, guck mal an. Wir haben hier sogar noch zwei Dokumente angezeigt. Haben wir eine Karte gefunden gehabt? So, hier oben kamen wir her, ne? Ja, hier oben ist, glaube ich, nichts mehr zu finden. Hier haben wir auch noch was. Trinity rekrutierte Amaru. Eine kurze Mitteilung. Er ist von allen am vielversprechendsten, zeigt jedoch Anflüge von Missmut und beklagt sich häufig, er würde seinen Bruder vermissen. Ich schlage vor, dass ihr für ihn einen speziellen Lehrplan erstellt, sodass er zu beschäftigt ist, um Heimweh zu haben. Okay. Story abgeschlossen. Rebellion vom Paititi. Okay. Hier geht's nirgends hin. Hier haben wir noch was. Abstekisch wieder. Da scheint eine Grabrede zu sein. Lange dunkle Schattenrücken näher. Der Berg schwarz wie die Nacht ist in Trauer, als die blassen Fremden das kurze, aber enorm ertragreiche Leben von Kujua Kapak beenden. Er, der sich diese Stadt in seinem Streben nach Größe aufgeladen und sie zu neuen Höhen geführt hatte. Der um nichts anderes bat, als dass Inti ihm die Stirn wärme, während er arbeitete. In den Flüssen, auf den Feldern oder in der Ziegelei. Kujua Kapak traf eine Vereinbarung mit den Fremden. Er opferte sich, damit wir weiterleben können. Frei, doch unter der neuen Herrschaft dieser Männer aus fernen Landen. Die Geschichte ist auf jeden Fall sehr interessant, finde ich. Können wir da runter und kommen wieder hoch? Äh, wir schauen erstmal hier lang weiter. Vielleicht sehen wir ja so irgendwie was da unten. Ha, da ist ein Relikt, tatsächlich. Das heißt, wir müssen wirklich mal da runter. Hier haben wir noch etwas. Ein Bericht von Trinity. Die Priester der Stadt, oder die Schamanen, falls wir zwischen den Heiden und denjenigen unterscheiden wollen, die im Lichte Gottes wandeln, traten als Erste vor. Sie waren die Ersten, die zuhörten, um mehr über den Zustand der Außenwelt zu erfahren. Viele von ihnen fühlten sich daraufhin betrogen und flehten darum, getauft zu werden. Sie kamen völlig zu Recht zu dem Schluss, dass ihr Glaube und ihre Verehrung der traditionellen Gottheiten dieses Landes unangebracht waren. Einer von ihnen formulierte es folgendermaßen. Wenn euch euer Gott vom anderen Ende der Welt bis hierher geführt hat, muss er wahrlich der Mächtigste sein. Und nur ein Narr würde sich nicht vor einer solchen Wesenheit verneigen. Wir werden diesen Schamanen Englisch beibringen, damit sie es anschließend die Bewohner von Paititi lehren können. Na toll. Eine Kultur so gesehen zunichte machen. Ich meine, so schön sind die ganzen Opferungen jetzt natürlich auch nicht, ist ja schon mal klar. Aber man könnte denen die Kultur doch lassen, aber denen irgendwie klar machen, dass die Opferungen selber nichts bringen. Einfach keine Blutopfer bringen, sondern irgendwie was anderes. Keine Ahnung, Nahrungsmittel, Getreide, was man halt so anbaut. Was man erschaffen hat, dass man das opfert oder sowas. Aber keinen Blutopfer. Ein darstellendes aztekischen Gottes. Okay. Der schwarz-gelbe Streifen im Gesicht zeigt, dass es sich hierbei um Tezatlipoca handelt. Einen bedeutenden Gott der Azteken. Mal sehen, ob ich mich noch an alles erinnere, was mit ihm in Verbindung gebracht wurde. Jaguare, Wirbelstürme, die Nachtwinde, der Nachthimmel, die Erde, der Norden, Zauberei, Schönheit, Versuchung, Führungsstärke, Krieg, Unfriede, zwischenmenschliche Konflikte im Allgemeinen und natürlich Obsidian und Weissagung. Sein rechter Fuß wird häufig durch reflektierenden Obsidian ersetzt, den die Azteken als Spiegel verwendeten und der auch bei schamanischen Ritualen und Voraussagungen zum Einsatz kam. Tezatlipoca bedeutet wörtlich übersetzt rauchender Spiegel. Mhm. Der stand ja echt für vieles. Okay. Uga-A, Uga-A. Okay. Blödsinn. So, hier haben wir noch etwas. Auch schon wieder aztekisch. Eine offizielle Bekanntmachung. Um zu verhindern, dass Krankheiten nach Paititi gelangen, untersagt Herrscher Chiqua hiermit vorübergehend, allen Bürgern die Stadt zu verlassen. Wer auch immer sich derzeit außerhalb der Stadtgrenzen aufhält, darf sie nicht wieder betreten. Paititi leidet noch immer unter den Folgen der jüngsten Seuche, weshalb jeder weitere Ausbruch das ohnehin schon fragile Gleichgewicht aus dem Lot bringen könnte. Auf Anordnung des Kultes von Kukulkan. Okay. Na, da kann man jetzt aber wiederum nur zustimmen, weil das ist ja nur um Sicherheit eigentlich. Hier haben wir auch noch was. Ein Memo von Trinity-Soldaten. Um jegliche Eskalation einer ohnehin schon heiklen Lage zu vermeiden, gelten für sämtliche Mitglieder von Trinity folgende Regeln. Schränken Sie Ihre Besuche der Stadt ein. Verlassen Sie das Lager nur in Kultistenkleidung. Tragen Sie keine modernen Waffen. Vermeiden Sie, wenn möglich, direkten Kontakt mit den Paititianern. Tragen Sie keine modernen Waffen. Daran konnten Sie sich wahrscheinlich einmal nicht halten, sonst hätten wir einmal diese Holzwaffe nicht gefunden. Heieiei. Story abgeschlossen. Geheimnisse und Lügen. Ja gut, wir gehen ja sowieso nochmal da runter, um zu gucken, ob da noch irgendwas ist. Hier gibt es echt viel zu finden. Sehr viele Dokumente, Relikte immer wieder. Wie hier zum Beispiel auch schon wieder. Schon wieder aztekisch. Ein darstiegens aztekischen Gottes Tonatiou. Tonatiou. Das ist Tonatiou, der Sonnengott und Gebieter über den aztekischen Himmel, den sie Tollern nannten. Er war buchstäblich die Sonne selbst, genau genommen die fünfte, und herrschte nach dem Tod der vier Sonnen vor ihm über das fünfte Zeitalter. Die Azteken glaubten ihm regelmäßig, Opfer darbringen zu müssen, da er sich andernfalls weigern würde, über den Himmel zu ziehen. Er wurde wenig überraschend, mit Adlern assoziiert und häufig in ihrem Gefieder dargestellt. Er trug dabei entweder Pfeile und Schilde oder speziell für Menschenopfer gefertigte Werkzeuge. Auf jeden Fall hat er Stummelfüße. Okay. Na denn, ich glaub, wir haben jetzt mal soweit alles. Oh, wir können hier hoch. Dann müssen wir ja noch mal genauer gucken, aber hier scheint es wohl nichts zu geben. Na denn, dann gehen wir einmal hier runter. Ach, guck an, Überlegensversteck. Ich wusste doch, hier gibt es noch ein bisschen was zu finden, anscheinend. Krass, es wird uns nämlich alles auf der Karte nicht angezeigt. Das heißt, für hier fehlt uns noch eine Karte oder sowas. Gut, dass wir hier so rumgucken. Hier können wir dann wahrscheinlich wieder hoch, ich weiß nicht. Oh no, cool guy. Oh, Boxerballer, Lelena. So, ein Relikt. Nomadstätig. Ein Darsteller von Mama Kila. Die Gemahlin von Inti, Tochter von Viracuccia und Mutter der Gründer des Inka-Reiches. Vermutlich ein weiteres Artefakt, das der Kult von den Bewohnern Paititis erpresst hat. Mhm. So, ich glaube, wir sind hier drin fertig. War ja jetzt doch einiges an Geschichtliches zu sehen. Auch das Gespräch zwischen Honorato und Dominguez, das war ja interessant. Also irgendwie kommt mir der Dominguez sogar so vor. Der S wurde zwar von Trinity hier eingeschleust, als kleiner Junge. Und als Kontaktperson so gesehen, als Anführer. Von Trinity hier in dieser Lage. Und es läuft anscheinend schon mehrere Jahrzehnte logischerweise. Er ist ja schon ziemlich alt. Und er scheint aber mehr hier seiner Heimat zu sehen. Und gar nicht so treu zu Trinity zu sein. Also mir kommt es so vor, als ist er auch so etwas gegen Trinity. Und will so gesehen sein eigenes Ding hier durchziehen. Aber mit Paititi so gesehen. Natürlich in dem Sinne, dass er die Macht hat. Und nicht wieder an Honorato abgeben muss. Es ist interessant. Also, wie gesagt, er scheint zwar von Trinity zu sein. Aber scheint nicht für Trinity dazustehen. Und will auch Trinity nicht gehorchen anscheinend. Er spielt es denen wahrscheinlich nur vor, damit sie ihn in Ruhe lassen. Bis er halt eben die Schatulle und den Dolch hat. Um das alles, sag ich jetzt mal, von der Erde zu tilgen. Auch Trinity und so. Das ist schon interessant. Naja gut, okay. Wir erfahren natürlich im Lauf des Spiels, wie es natürlich weitergehen wird. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Teil. Das war Shadow of the Tomb Raider. Auf tödliche Obsession mit Von New York Amplers als Hobby. Und ja. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Viel ist leider nicht passiert. Es war jetzt hauptsächlich Video und vielen Informationen. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Immer ihr vielleicht auch. Deswegen Daumen hoch vielleicht. Und wenn ihr neu bei mir seid, herzlich willkommen. Ihr dürft mich gerne abonnieren. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder. Oder bei anderen Let's Plays von mir. Ich würde mich auf jeden Fall freuen auf euch. Ja. Viel Spaß noch auf meiner YouTube-Seite. Und auf YouTube generell. Bis dann. Tschüss.